Burkenhof ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchststadt und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Utenreuth. Sie ist die flächenkleinste Kommune Bayerns. Geografie, Nachbargemeinden sind, geografische Lage Die Gemeinde Burkenhof liegt am östlichen Stadtrand von Erlangen und an der Nordseite des Nürnberger Reichswaldes. Sie ist eine beliebte Wohngemeinde im Erlanger Umland und Teil der Metropolregion Nürnberg, einer von elf Metropolregionen in Deutschland. Geografisch betrachtet liegt sie im Tal der Schwabach. Geschichte Entstanden ist Burkenhof als ein Dorf am Rande des Reichswaldes zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort 1372 als Erbforsthube des Nürnberger Bürgers Hermann Rimmer aus der das Schloss Burkenhof hervorging. Das Gut befand sich von 1462 bis 1487 und 1501 bis 1848 im Besitz der Freiherren von Haller. Im Zweiten Markgrafenkrieg wurden die Gebäude am 29. Mai 1552 von markgräflichen Truppen niedergebrannt. In den Jahren 1564 zu 1567 bauten die Haller das Schloss Burkenhof wieder auf. Seit 1850 ist es ein Jugendheim der Inneren Mission. Über regionale Aufmerksamkeit erlangte Burkenhof ab 1709 bis etwa 1810 durch eine Heilquelle, die als Gesundbrunnen bekannt wurde. Sie führte zu einem Zustrom Heilungssuchende aus nah und fern. Das Wasser wurde getrunken, zur Zubereitung von Kaffee benutzt oder abgefüllt. Später jedoch versiegte die Quelle fast vollständig. Heute befindet sich an einem Hang unterhalb des Fußballplatzes nur noch ein verwittertes Bauwerk, das mit Gettern geschützt ist. 1778 wurde durch eine Naturkatastrophe der Wald zwischen Erlangen und Burkenhof entwurzelt. Er wurde daraufhin gerodet und zunächst als Ackerfläche genutzt, später mit Häusern bebaut. Als Teil des seit 1792 preußischen Fürstentums Bayreuth fiel Burkenhof im Frieden von Tilsit 1807 an Frankreich und kam 1810 zu Bayern. Zwischen 1886 und 1963 lag Burkenhof an der Bahnstrecke der Sekundärbahn, die von Erlangen nach Eschen aufführte. An die Kurzform Seku erinnert der Faschingsverein Sekunarren mit seinem Namen. Gemeinsam mit dem benachbarten Erlangen hatte Burkenhof nach dem Zweiten Weltkrieg bis etwa zum Jahr 2000 ein rasantes Bevölkerungswachstum, so dass es zu einer der am dichtesten besiedelten Gemeinden in Bayern wurde. Die außerordentliche Beliebtheit der Gemeinde, die sich unter anderem in hohen Grundstückspreisen widerspiegelt, erklärt sich durch die stadtnahe Lage angrenzend an Erlangen und die gleichzeitige Einbettung in die Natur des Nahen Reichswalds und der unverbaubaren Schwabachwiesen. Selbst die im Februar 1980 geschlossene Mülldeponie der Stadt Erlangen wurde inzwischen zum Naturparadies. Politik, beherrschendes politisches Thema war über Jahrzehnte die Errichtung einer Umgehungsstraße der Ortschaften Burkenhof-Utenreuth, Weyer- und Burkenhofer-Siedlung in Erlangen für die Staatsstraße. Staatsstraße 2240 von Erlangen nach Krefenberg. Die von den staatlichen Planungsgremien bevorzugte Straßenführung durch den Seebalder Reichswald sollte hierbei dicht an der Wohnbebauung im Burkenhofer Süden vorbeiführen. Im Frühjahr 2011 wurde bekannt, dass die geplante Trassenführung bei Utenreuth durch ein Gebiet verläuft, in dem mehrere geschützte Arten brüten. Beispielsweise die Heideläche, eine Alternativroute, eine nördliche Umgehung des Utenreuther Orts-Talsweyer, hätte ebenfalls an Burkenhof vorbeigeführt. Sie stieß aber bei noch mehr Bürgern, insbesondere auch in Utenreuth, auf Ablehnung. Die Planungen wurden daher im Juni 2012 endgültig eingestellt. Im August 2013 wurden jedoch zur Entlastung der Anwohner lehrmindernde Maßnahmen an der bisherigen Strecke durchgeführt. Ende 2011 wurde dem Gemeindegebiet eine zusätzliche Fläche zugeordnet, die sich auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei befindet und vorher zur Gemeinde Spardorf gehörte. Dort ist die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters geplant. Der Gemeinderat hat 16 Mitglieder, dazu kommt noch der hauptamtliche Bürgermeister. Die Wappenbeschreibung lautet, unter blauem Schildhauptgespalten von Rot und Grün im Ganzen auf den Teilungen belegt mit einem goldenen Kronenkreuz. Vorne ein einspringender, schwarz gefüllter silberner Seitensparren, hinten ein silberner Nadelbaum. Kultur und Sehenswürdigkeiten Persönlichkeiten Ernst Schwarz, Historiker und Germanist, Professor an der Karl-Ferdinands-Universität in Prag und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Gründungsmitglied des Collegium Carolinum in München, Karl Steinbauer, evangelisch-lutherischer Theologe und Mitglied der bekennenden Kirche, Wirtschaft und Infrastruktur. Verkehr Buckenhof ist durch die Staatsstraße 2240 mit Erlangen und den Nachbargemeinden Spardorf und Utenreuth verbunden. Mit Ausnahme der Hauptstraße gilt überall Tempo 30 und rechts vor links. Lange Zeit war eine Umgehungsstraße durch den nahegelegenen Buckenhofer Forst geplant, die jedoch aufgrund von Brutstätten geschützter Arten auf der geplanten Trasse verworfen wurde. Buckenhof ist durch die Buslinie 285 der Erlanger Stadtwerke sowie die Linien 208, 209 und 210 der RUVF an den VG'en angeschlossen. Innerhalb des Ortes gibt es ein auf die Linie 285 abgestimmtes Linienbedarf Staxi. Früher hatte Buckenhof Anbindung an die Bahnstrecke Erlangen-Eschenau. Die Strecke wurde stillgelegt. Es gab Diskussionen bzw. Planungen zur Neuerrichtung einer Stadt um Landbahn, die die Orte Nürnberg, Erlangen, Herzogenaurach und Utenreuth teeförmig miteinander verbinden sollte. Der Ost-Tast über Buckenhof entfiel jedoch nach einem Bürgerentscheid des Landkreises Erlangen-Höchststadt im April 2015. Öffentliche Einrichtungen, siehe auch Buckenhofer Forst.